So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ole Rot-Weiß, Olaf, die Geschichte, wie immer bin ich nicht alleine, wie immer ist auch der Nico dabei. Servus. Servus, Marvin. Wir haben auch eben schon so ein bisschen gesprochen, so viel ist eigentlich gar nicht passiert. Ich glaube, wir fangen am besten einfach mal mit dem Naheliegendsten an, mit dem Pokalspiel gegen Rot-Weiß Koblenz. Haben wir auch schon mal ein bisschen geschrieben, wir waren beide nicht vor Ort. Hast du es trotzdem im Fernseh-Live geguckt? Ja, ich habe es live geguckt, wobei ich auch sagen muss, so nach dem 3-4-0 habe ich jetzt auch nicht, da habe ich dann lieber, ich habe bei meinem Bruder, habe ich geguckt und dann haben wir dann lieber noch eine Schorle getrunken und noch ein bisschen so erzählt, als jetzt ganz genau das Spiel zu gucken. Weil ich muss sagen, also bis auf ein, zwei Mal, wo Julian Kral irgendwie mal sich auszeichnen konnte, war das eine astreine Sache. Und da gab es ja auch schon wieder vereinzelt dieses Mal, aber ich verstehe es trotzdem nicht. gesagt, ja, das war ja nur hoher und weit und wir müssen die jetzt mal unter Druck setzen, wo ich mir denke, es ging doch wirklich nur primär, dass wir uns nicht blamieren. Guckt ihr Bremen an, guckt ihr Augsburg an? Wir haben jetzt, ich glaube, 400.000 Euro eingenommen. Habe ich jetzt irgendwo gelesen? Ich weiß nicht, ob das stimmt. Ja, so in einem Dreh plus minus wahrscheinlich. Und wir sind einfach ohne Probleme weitergekommen. Und wir wissen auch, wenn ihr dir mal anguckt, diese Verbandspokalzeiten, wo wir gegen Ida Oberstein oder so 3-1 verloren haben. Also da komme ich jetzt lieber im DFB-Pokal ohne Probleme weiter, als mir das nochmal anzutun und die Finger zu kreuzen, dass wir irgendwie noch im DFB-Pokal kommen. Und vielleicht kriegen wir zum Schluss wirklich die Bayern zu Hause oder so und da hat es sich gelohnt. Also ich habe da gestern, muss ich ehrlicherweise sagen, null aufs Spielerische geguckt, weil es mir einfach nur darum ging, Hauptsache weiterkommen irgendwie. Und ja, es waren ja Standard-Tore, zwei oder drei Stück, wo wir gemacht haben und fast nichts Spielerisches. Da denke ich mir, das 1-0 war das, glaube ich. Der Chip-Ball von Tomiak, der war geil auf Purac. Und klar, was nun Oberligisten, die spielen eigentlich gegen die zweite Mannschaft von uns, aber ey, wir sind ganz souverän weitergekommen. Nichts anbrennen lassen, keine Blamage. Am Ende war es halt wirklich so. Das hat auch der Kommentator gesagt, ich glaube, in einer Viertelstunde hatten wir fünf Torschüsse oder so. Und da hat er gesagt, das ist jetzt kein Offensivfeuerwerk. Und da habe ich zu meinem Bruder gesagt, wenn du das mal hochrechnest, wenn das so weitergeht, gehen wir irgendwie mit 20, 25 Torschüssen raus. Und ich glaube, so war es auch am Ende. Das ist schon viel, auch für den Klassenunterschied. Also ich sehe da gar kein Problem. Du hast das nicht gesehen, gell? Du hast ja selbst gespielt. Ja genau, ich habe selbst gespielt. Aber ich habe vorhin, Grüße an meine Uni-Dozentin, vorhin in der Uni-Vorlesung die Highlights noch angeschaut, weil wir auch gestern noch mit Paus der Mannschaft Eis essen waren, beziehungsweise essen direkt nach dem Spiel. Und da bleibst du nach dem Derby eben ein bisschen länger sitzen noch. Ich habe mir dann die Highlights angeschaut und ich fand das jetzt auch nicht schlecht. Also gerade so ein Chip-Ball ist halt, gerade auch wenn du gegen so einen Gegner spielst, der ja eigentlich sehr defensiv steht, und du so einen Ball hinter die Kette sogar spielen kannst, und Pura Chatt nur mal das Tempo, um das zu erlaufen, hast du eigentlich perfekt den Gegner rausgelockt, um so einen Ball überhaupt spielen können. Weil normal stehen die ja gefühlt mit elf Mann um den eigenen Sechzehn herum. Du hast eigentlich theoretisch dein Ziel erreicht, da Lücken zu schaffen. Und klar, dass wir auch jetzt nicht die spielerische Dominanz von Bayern München oder sonst was haben und dann mit zehn, zwölf Toren da rausgehen, ist ja normal. Was natürlich am Ende, habe ich dann auch gesehen, haben die dann noch den zweiten Torwart eingewechselt. Da hat halt auch mal jemand ein Spiel, weil es ist klar, die spielen, wie du gesagt hast, gegen unsere Zweite in der Liga, und wenn du dann halt mal gefühlt ein Heim-Auswärts-Spiel hast, für die war das ja so, das will natürlich dann so gesehen jeder mal mitnehmen, was ich auch absolut verstehen kann. Aber da jetzt wieder irgendeinen Fass aufzumachen, du hast es eben schon angesprochen, da haben ganz andere, viel schlimmere Sachen gehabt, oder was ich vorhin auch noch gesehen habe, war Rostock gegen FSV Frankfurt. Ich weiß gar nicht, ob die Regio spielen oder mittlerweile auch in die Hessen-Liga oder sowas abgestiegen sind, auf jeden Fall auch vierte Liga höchstens. Die sind ins Elfmeterschießen gekommen. Ah, okay, okay, dann habe ich, glaube ich, Union oder so, die haben irgendwie auch, ja. Ja, im Elfmeterschießen durch Kurke, der hat dreimal nacheinander gehalten. Ah, doch, dreimal, genau, das war was, okay, genau. Aber trotzdem Elfmeterschießen, und die spielen auch zweite Bundesliga. Also da bin ich auch, ich habe auch vorher geschrieben auf Twitter, ich hoffe, wenn ich nach dem Spiel da auf mein Handy gucke, dass wir einfach weiter sind. Von mir aus auch 3-4-0 oder sowas, so war es ja dann auch. Unser Trainer hat mir dann in der Halbzeit gesagt, ne, ja, laudern ist durch, alles gut. Ich habe gedacht, Halleluja, kann ich mich wieder aufs Wesentliche konzentrieren. Weil, also alles andere als einfach das Geld mit der ersten Runde mitzunehmen, da einen Sieg einzufahren, brauchen wir uns nicht drüber reden, ist scheißegal eigentlich. Und wenn wir jetzt noch vielleicht ein geiles Los kriegen, irgendwie was wir vielleicht auch nochmal, irgendwie eine Runde weiterkommen, von mir aus dann die Bayern oder Dortmund oder was auch immer da rumfliegt, von mir aus auch wahrscheinlich Schalke noch drin, Schalke müsste noch drin sein, ne. Die haben auch gerade so, glaube ich, gewonnen, irgendwie sowas. Hamburg hat sich auch nicht mit Ruhm bekleckert, 3-4 gegen Essen. Also, da waren viele Spiele dabei, wo du denkst, boah, eigentlich wieder so ein klasse easy Ding, ne. Geiles Pokallos in der ersten Runde und doch wieder Stolperstein. Aber dafür ist halt auch der Pokal bekannt. Und ich glaube, wenn wir die zweite Runde noch weiterkommen und dann ein geiles Los, wo man daheim dann nochmal die Hütte vollmachen kann, dann hast du eigentlich eine perfekte Pokalsaison. Dafür, dass du das erste Mal eigentlich wieder so wirklich dabei bist und nicht, wie du gesagt hast, über den Verbandspokal kommen musstest, was weiß ich, wo du da in der Tupfing hinfahren musstest und hoffen musstest, dass du weiterkommst. Deswegen, also, da wieder irgendwelche Diskussionen aufzumachen, es ist einfach nur mühselig. Also gut, letztes Jahr war ja noch gegen Freiburg. Ich weiß nicht, da waren wir auch noch im Amateur-Topf, oder? War das? Ich glaube ja. Ich glaube schon, ne? Das ist jetzt das erste Mal, ne? Ja, das Jahr davor, ja. Das war ja, da sind wir ja rausgeflogen, glaube ich. Und da hatten wir halt nur, waren wir nur mit dem Februar, weil wir ja Dritter waren. Ich glaube, so war das, ne? Ja, der Frau mir ist ja zweimal gewonnen oder so. Und zum Thema schön Fußball spielen, der HSV spielt einen schönen gepflegten Ball und die hatten 120 Minuten, hatten die einen Zitteranfall, wo die irgendwie gucken mussten, dass sie weiterkommen. Also am Ende ist es, wie gesagt, was natürlich die hochkochende Thematik war, war Philipp Klement, weil er ja nicht eingewechselt wurde. Und da habe ich dann auch, wie da bei Twitter, ist ja schon bei vielen die Welt untergegangen. Also ich kann mich auch irren und es ist jetzt noch knapp über, ein bisschen mehr als zwei Wochen ist das Transferfenster offen und es kann sein, dass der noch wechselt, keine Ahnung. Aber Schuster hat ja gesagt, hochgekocht, er bleibt. Klement hat uns ins Gesicht gesagt beim Medientag. Er hat längerfristig unterschrieben, er war mit der Vorbereitung zufrieden und er glaubt jetzt nicht, dass er jetzt, es ist quasi nichts geplant, es ist jetzt kein Angebot oder so liegt bei ihm auf dem Tisch. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass der jetzt ausfüllt, weil er gegen einen Fünftligisten nicht eingewechselt wurde. Und da kam dann auch das Argument zum Beispiel, was ich anders sehe, aber wie gesagt, ich kann mich täuschen, dass er, wenn er jetzt nicht eingewechselt wird, gegen wen dann? Und dann denke ich mir, ich glaube eher, dass gegen einen Fünftligisten, da haben einen Hanslick und einen Zulinski gespielt, die wahrscheinlich diese Saison weniger spielen. Hanslick hat, glaube ich, noch gar, ich glaube gegen Schalke wurde eingewechselt, in die Six oder so, wenn überhaupt. In Zulinski habe ich gesehen, aber gegen Schalke nicht mal im Kader. Und dann gibt es doch lieber, wenn es dann wirklich 3-4-0 steht, denen die Chance, dass die irgendwie nochmal zwei noch ein Tor schießen oder so. Und ich kann mir gut vorstellen, dass ein Klement gegen Elversberg sogar spielt und dann auch dieses, alle dann verkaufen wir ihn lieber. Und dann denke ich mir, da hast du doch wieder eine Baustelle. Das ist dann wieder dieses Trotzige, Klement super Fußballer, der hat das nicht verdient, wo ich mir denke, okay, jetzt übertreib mal nicht. Das klingt immer so, als ob wir Messi auf der Bank sitzen lassen. Aber er ist ein grandioser Fußballer, ohne Frage. Aber er hat das nicht verdient. Und dann wird ein Zulinski-Firn eingewechselt. Und dann denke ich mir, okay, der wird wieder auf Zulinski draufgehauen, weil er hätte es ja auch sagen können, wieso wird Hanslick für Klement oder so eingewechselt? Oder irgendwie, dann wird er wieder im Grund gesucht, ja, Zulinski, der hat aber wirklich kein gutes Spiel gemacht gestern, der Zulinski in die Pfanne zu hauen und Klement, Klement, Klement. Und da habe ich halt auf Twitter auch nur geschrieben, mir ist es im Grunde, so wie bei Mike Wunderlich oder so, mir ist es absolut egal, oder ein Andreas Lute, was auch immer, mir ist es absolut egal, was mit einem einzelnen Spieler passiert, solange es im Verein stimmt. Oder solange wir dann jetzt gegen Elversberg gewinnen, 2-3-0, ist es mir egal, ob ein Lute spielt, geht ja nicht, ob ein Klement spielt, ob ein Zulinski spielt oder so. Das ist mir sowas von egal. Also da ist jetzt auch keiner dabei, wo ich sage, der Spiel ist seit 10 Jahren im Verein, das ist ein verdienter Spieler. Kevin Kraus hat 5-6 Jahre. Aber auch da muss ich sagen, solange es im Verein gut geht und solange wir sportlich jetzt dann die Kurve kriegen und dann wieder 10. oder so werden, ist es mir sowas von scheißegal, was mit einzelnen Spielern passiert. Und das ist das, was mich so ein bisschen nervt, dass dann, du gewinnst einen Pokal und anstatt dass einfach Ruhe ist, jetzt bei Social Media war es jetzt halt extrem, bei Twitter, dass einfach Ruhe ist oder dass sich gefreut wird, ohne Probleme weitergekommen nach so einem schweren Saisonstart, kommt dann, naja, Philipp Klemen, Philipp Klemen, Philipp Klemen. Da denke ich mir, ist das wirklich wert? Als er herkam, wurde sich das Maul zerrissen, naja, er sitzt wunderlich auf die Bank und sowas und jetzt ist er der Heilsbringer, der ja immer spielen muss und ich muss sagen, auch wenn Marlon Ritter ja nicht unbedingt der Liebling von allen ist, fußballerisch, aber ein Tobias Raschl finde ich bärend stark. Das ist ein richtig guter Fußballer. Ja, also kann ich absolut nur beipflichten. Ich habe theoretisch fast das Gleiche gelesen und auch mir auch gedacht, was du gesagt hast. Das Ding ist natürlich, dass, nochmal jetzt zu dem Koblenz-Spiel, dass du auch gesehen hast, was für Leute er spielen lassen hat und wer eingewechselt wurde. Musst du dir angucken, ein Herrscher hat meistens nur als Einwechselspieler gedient, hat von Anfang an gespielt. Und Boyd hat gegen Schalke nur einen Kurzeinsatz gehabt, hat jetzt auch wieder von Anfang an gespielt. Richmond Tetschi wurde eingewechselt, soweit ich weiß, hat noch gar kein Spiel gemacht dieses Jahr, genau. Und Zulinski, wie du schon gesagt hast, relativ wenig, also da haben viele Spiele... Ein lutenlischem Kader, Kraus wurde eingewechselt, ja. Genau, das ist alles so ein bisschen, also klar, die wollten mit gefühlt der besten Elf spielen und keine riesigen Experimente machen, dass du da jetzt kein Aaron Bassner nach und wie sie nicht alle heißen und Neil Gibbs oder so in der Startelf gelesen hast, das war ja von Anfang an relativ klar. Aber dass du dann vielleicht da, wo du sagen kannst, relativ gleichwertig oder die Tendenz ist nicht so groß zwischen den einzelnen Spielern, dass du da mal jemanden reinwirfst, ist für mich irgendwo auch klar in der ersten Runde gegen den Oberligisten. Dass du ja jetzt nicht komplett Leute, die noch nie zusammengespielt hast oder noch nie irgendwie auf neun Positionen oder du machst jetzt auf einmal falsche neun und probierst da irgendwelche Experimente aus, die dann siehe Karlsruhe, Hannover und wie sie nicht heißen, in die Hose gegangen sind, so ein bisschen, sag ich mal, wo dann da der ein oder andere auch gespielt hat, wo du vorwusstest, der hat vielleicht noch nicht so gespielt. Und dass du da halt bei so einem Spiel die Klement nicht unbedingt spielen lässt, wo ich dann auch gelesen habe, wieso wechselt man zu Linsky ein und nicht Klement? Also ich wusste nicht oder ich wüsste nicht oder ich habe es bis jetzt noch nicht gewusst, vielleicht bekomme ich noch die Erleuchtung, dass Philipp Klement linker Flügel spielt oder sowas, weil der größte Sprinter ist er mir jetzt noch nicht so bekannt gewesen. Ich dachte eigentlich immer, er ist so ein klassischer Zehner. Wenn der Leute da draußen anderes oder besser wissen, können sie ja gerne mal uns kontaktieren oder in die Kommentare schreiben, weil, also das ist halt kein Karrieremodus, wo du dann halt mal einen linken Flügel auch als ZOM oder sowas stellen kannst, sondern das ist halt die Realität. Und wenn du dann da wieder rum experimentierst, am Ende, gut, es war auch am Ende, wo dann die Wechsel waren relativ klar, aber du willst ja trotzdem dein Spielsystem haben. Du willst ja auch vielleicht dann, gerade dann Leute sehen, die sich dann vielleicht noch mal besser zeigen können oder sagen können, okay, vielleicht ist da noch eine Alternative oder vielleicht sagt noch, beispielsweise bei Zulinski, Kollege, reicht nicht, so, vielleicht suchst du dir jetzt den nächsten zwei, knapp zweieinhalb Wochen, vielleicht doch lieber einen anderen Verein und beispielsweise haben wir jetzt auch aktuell wieder irgendein Gerücht mit einem neuen Stürmer. Oscar Zavada. Genau, den Namen habe ich jetzt nicht gemerkt, aber genau, den meine ich, wo dann auch wieder so eine Sache ist mit Lobinger, wo man dann auch wieder sagen kann, gut, wenn wir jetzt Stürmer Nummer vier noch holen, dann wird es für ihn auf jeden Fall nicht reichen. Ob man ihn dann verkauft, verleiht, wie auch immer, ist dann immer so eine Sache. Aber zum Beispiel, Ben Zulinski kam auch mit einigermaßen vielen Lore, Bernd Gut hat sich dann gegen Hannover direkt schwer verletzt, so, war relativ lange draußen. Ja, klar ist es immer so, es soll jetzt nicht böse klingen, aber so ein bisschen dieses Mobbing-Opfer auf Social Media gewesen seitdem, wo du immer halt draufhauen konntest, wenn er gespielt hat, weil er gefühlt seine Leistung nicht gebracht hat, aber das ist halt auch immer so eine Sache, Knie erstens und dann so lange und wie kommst du zurück und dann hatte er halt gefühlt nur Kurzeinsätze meistens oder nicht so lange Einwechslung. Das sind halt immer so Sachen, aber klar, dass man da nicht immer so zufrieden ist oder beziehungsweise mit der Vita, wo er hatte, ja auch dann gekommen ist mit relativ torgefährlich und ich glaube, bis jetzt hat er immer noch kein Tor geschossen für uns. Ich glaube nicht mal ans Vorgelegend. Genau und das ist halt, es sind halt natürlich Sachen, die dann da ein bisschen reinspielen, dass man natürlich theoretisch dann sagen kann, warum wird er in einem Spiel eingewechselt und nicht Richmond Tatschi, der ja eigentlich, will ich behaupten, fast der bessere und schnellere Fußballer ist für so eine Außenbahnposition. Da kann man vielleicht diskutieren, aber warum man jetzt Zolinski und Klemann nebeneinander stellt, wo also wirklich, ich glaube, mehr Welten könnten zwischen Fußballer-Typen nicht dazwischen liegen wie bei den beiden, das erschließt sich mir nicht so. Und dann wieder alles in Frage zu stellen, auch wenn es nicht so viele Leute waren, aber ich habe es auch gelesen, gestern und heute noch ein bisschen abends. Ja, also verstehe ich nicht, muss ich nicht verstehen, aber ich glaube, das Thema wirklich in jeder Folge, ich glaube, die Leute, die da jetzt noch immer das rummussern, ich glaube, die werden wir nicht mehr bekehren. Mir hat gestern einer um elf oder so aus heiterem Himmel unter mein letztes richtiges YouTube-Video, nicht im Podcast, sondern so, ja, ich glaube, da ging es auch um Schuster, einen riesen Kommentar geschrieben, wie gesagt, aus dem heiterem Himmel, das Video ist schon Wochen alt, ja, Schuster ist Geschichte, da denke ich mir, wenn es so schon anfängt, oder Schuster muss bald Geschichte sein, keine spielerische Weiterentwicklung, diese ganze Ultimativen, keine Weiterentwicklung, und er lässt Klee mit nicht spielen und er hat wunderlich verjagt und unter Ante hatten wir eine fußballerische Offenbarung und es war alles so toll früher und da denke ich mir, das ist ja auch schön und gut, es war ja eine geile Zeit, aber es ist ja nicht so, dass wir jetzt mit Schuster in die Regio abgestiegen sind, wir haben jetzt gegen Schalke gespielt, wir sind jetzt im Pokal weitergekommen, also es ist schon ein Upgrade, auch wenn jetzt die Ergebnisse nicht gepasst haben, wir haben fußballerisch von den Spielern her nochmal so eine Schippe draufgelegt und wenn Leute so was wirklich ernst meinen, dann denke ich mir, ey, dann geh doch zurück, dann geh in die dritte Liga, da spielt der Herrscher, der spielt deinen Wunderlich, dann hast du deinen Ante, dann spielst du halt dritte Liga und verlierst dann die letzten drei Spiele bis auf den Relegationsplatz und auch immer dieses, mit Ante werden wir auch aufgestiegen, keiner weiß es, mit Schuster sind wir aufgestiegen, klar war da auch viel Vorarbeit von Ante und von Döppi dabei, aber letztendlich hat Schuster ohne Probleme quasi mit dem 2-0 hin und Rückspiel geschafft mit uns aufzusteigen und auch die Folgesaison geht voll auf seine Kappe, also das ist jetzt auch nicht wieder, dass ich da jetzt irgendwie, aber immer dieses in der Vergangenheit, aber ich glaube, das ist auch so ein Traditionsverein-Ding oder so ein FCK-Ding, immer dieses, früher war alles besser und unter Otto und unter Kalli und unter, ja jetzt unter Ante, das war früher alles besser und mit Wunderlich war alles besser und das nervt mich so dermaßen, wir haben doch eine geile Truppe, wir haben immer noch so viel Identifikation drin, wir haben jetzt seit drei Jahren haben wir Thomas Heng oben, wir haben jetzt das erste Mal seit Hunjajic, ein Trainer, länger als ein Jahr und ja, die Saisonstart war, gehe bescheiden, aber sind wir mal ehrlich, das hat sich ja auch jeder irgendwie können denken, also Pauli und Schalke zum Auftakt, wenn er da jetzt gesagt hat, musst du mindestens drei Punkte oder sechs Punkte holen, dann kann man auch nicht helfen, also abwarten und auch nochmal ganz kurz zur Klemian-Thematik, also da wurde jetzt gegen Pauli eingewechselt und da hat er jetzt nicht, finde ich jetzt, fußballerrichtet, wirklich überzeugt, aber da kannst du auch sagen, das war sowieso ein eigentlichen bonuslangweiliges Spiel, das war ein Abtasten und wir haben erst einen Fehler gemacht und haben auch das Tor bekommen, gegen Schalke, was willst du denn da an Klemian bringen? Du spielst 60 Minuten in doppelter Unterzahl, ist klar, klar wurde er irgendwie experimentiert und da hat ein Tomiak irgendwie Linksverteidiger gespielt, was ich auch nicht ganz verstehe, aber da macht es keinen Sinn, den zu bringen und ich bin da voll bei dir, gegen den Oberligisten bei 3-4-0, also wenn du Christian Ronaldo gesagt hättest, ich bring dich jetzt, er hätte gesagt, nee, ich lasse mich nicht einwechseln, das ist eine Frechheit, ich will das jetzt nicht mit Klemian unterstellen, aber vielleicht denkt er sich, okay, ich lasse da lieber, wie du sagst, die Leute ran, die wahrscheinlich in Zukunft wie ein Hans-Lick, wie ein Lobinger, weniger zum Zug kommen, weil das jetzt in der Liga auch noch nicht sind, aber ich kann mir vorstellen, entweder spielt er gegen Elversberg von Anfang an, weil jetzt auch Ritter und Raschel durchgespielt haben jetzt die ganze Zeit oder er kommt, er kriegt seine 30, 40 Minuten und er hat gegen Nürnberg gezeigt, dass das reicht und immer dieses, er hat jetzt 3 Spiele kaum gespielt und dann immer dieses, er muss jetzt wechseln und schadet, dass er geht und ja, da ist ja doch mehr zwischen denen, wo ich denke, es sind 3 Spiele, da wurde ja auch letztes Saison wurde ja auch erst das Fass aufgemacht, weil ich glaube, 3, 4 Spiele nicht in der Startelf stand und davor hat er eigentlich immer gespielt unter Schuster, 3, 4 Spiele mal nicht, ist alles schlecht und es ist ja alles hinüber und einer wird gehen und da denke ich mir, mach doch mal langsam und da habe ich auch geschrieben bei Twitter, wenn doch Clemens so unzufrieden ist, wenn er doch spielen will und wenn er und Schuster sich auf dem Tod nicht leiden können, wieso ist er dann noch hier? Ah ja, weil er den FCK so liebt, denke ich mir, ja, deswegen ist er noch hier ein Fußballer, der jetzt im Zenit oder im Peak ist, kann man ja sehen, wie man will mit 30, von seiner Leistung her, der ist jetzt nicht bestimmt, weil er der FCK so liebt, auf die Bank, ganz bestimmt nicht, also wenn er so begehrt ist und wenn er so unzufrieden ist, dann wäre er schon, glaube ich, längst weg, weil ich glaube, wenn da ein Angebot von 300, 400.000 reinkäme, ich glaube, schlecht verdienen wir da auch nicht, würde da keiner meckern, aber ich glaube kaum, klar ist er nicht zufrieden, wenn der jetzt sagt, wir können in 10 Spieltagen gerne nochmal drüber reden, wenn er bis dahin immer nur noch 30 Minuten gespielt hat und gar keine Rolle spielt, dann mache ich mir auch gerne ein anderes Bild, aber doch nicht nach 3 Spieltagen, das sind auch diejenigen, die dann schon mal es dann noch 2 Spieltagen, jetzt, ja, richtiger Zeitpunkt, den rauszuschmeißen nach 2 Spieltagen, ich denke, nee, warte doch mal einfach mal ab, ich kann es nur nochmal sagen, mit Ande waren wir in der Aufstiegssaison nach 8 oder 10 Spieltagen waren wir unten drin im Tabellenkeller, 15 oder so bis zum Waldhofspiel und dann sind wir immer noch aufgestiegen und du hast jetzt halt Pauli Schalke gehabt, sauschwer, jetzt können wir vielleicht die Dings zu Elversberg schlagen, gegen Elversberg musst du halt auch wirklich gewinnen, der Marcel Correa hat sich jetzt glaube ich verletzt am Knie, der musste irgendwie raus noch vor der Halbzeit, ich weiß nicht, wie schwer der verletzt ist oder ob das irgendwie eine Vorsichtsmaßnahme war, keine Ahnung, aber wenn der ausfällt, weil ich glaube schon, dass er so ein Pfeiler in der Verteidigung ist, also du musst, du musst da wirklich jetzt drei Punkte holen, weil sonst wird es auch wirklich ungemütlich für das ganze Umfeld, für den ganzen Verein, wenn du gegen Elversberg jetzt zu Hause irgendwie 2-0 verlierst oder so im schlimmsten Fall, dann wird es echt ungemütlich. Auf jeden Fall. Ja, auch nochmal zu dieser ganzen Antithematik und sowas und auch damals haben wir nicht den Hurra und wir dominieren jeden Gegner und Sonstiges, da hatten wir auch noch dieses Spielglück und es ist ja schon irgendwie wegweisend oder ich sag mal ein bisschen, einfach so ein bisschen zeigen, dass wir nach über einem Jahr, wo der Kollege jetzt nicht mehr bei Kaiserslautern tätig ist, immer noch Vergleiche ziehen. Die erste Saison, ja, er hat uns vor sehr wahrscheinlich Belanglosigkeit im deutschen Fußball gerettet, das muss man auch hoch anrechnen, er hat auch mit uns den Turnaround in der Saison geschafft und uns wahrscheinlich dazu verholfen, überhaupt in die Situation zu kommen, aber trotzdem hat er ja auch am Ende, natürlich steht er nicht direkt auf dem Platz, aber er ist dafür auch mitverantwortlich, auch wenn ich immer noch dagegen bin, einen Trainer für Ergebnisse voll verantwortlich zu machen, aber trotzdem arbeitet er zwei oder drei Wochen lang mit Spielern daran, Spiele zu gewinnen und er konnte eben die letzten zwei entscheidenden Spiele nicht mehr gewinnen, so und deswegen sind wir überhaupt erst noch in die Relegation gekommen, so wahrscheinlich hätten wir die zwei Spiele gewonnen, dann hätten wir in die Relegation gespielt und wären wahrscheinlich einfach so aufgestiegen, das hatte er wahrscheinlich in der eigenen Hand, ob man, ob da irgendwelche Absprachen hinten dran oder ob das dann aus heiterem Himmel, da will ich jetzt gar nicht tiefer drauf eingehen, ich glaube, das ist auch wieder ein Thema für stundenweise, aber da jetzt immer noch an irgendwelchen Sachen von früher festzahlt und sonst was und wie auch immer, gut, jetzt ist ja bald, ich glaube auch in drei Wochen oder so, das Abschiedsspiel für Mike Wunderlich, da immer noch 8. September oder so, ja genau, 8. September, da immer noch Vergleich mit Klement und sowas zu ziehen, das ist auch, also die sind vom Charakter her auch komplett verschiedene Typen, also ich glaube, niemand ist so schnell bei einem Verein angekommen, relativ, wie jetzt Mike Wunderlich bei uns, sage ich mal, weil er war ja wirklich gefühlt sein ganzes Leben bei Viktoria Köln, so kommt zu uns und ist gefühlt mit einer der ersten Identifikationsfiguren mit dann Terrence Boyd, der noch dazu gekommen ist, das hast du halt auch nicht mehr, so dass der bei vielen natürlich im Herzen ist und das, und wie der auch verabschiedet wurde, da war ich auch oben, das hat schon Gänsehaut gemacht, klar, aber dass den Philipp Klemann sich nicht mindestens genauso reinhängt oder in seiner Art und Weise alles für den Verein gibt, würde ich auch gar nicht so abstreiten oder sowas, sondern ich würde einfach sagen, er zeigt es halt nun mal anders, er ist halt nicht mal so ein hochemotionaler Typ wie ein Mike Wunderlich oder wie jetzt generell so ein Spielertyp, sondern er ist halt der ruhigere, der vielleicht aber auch einfach mal so auf dem Platz für sich sprechen lässt und nicht die Emotionen oder sonst irgendwas und deswegen, was den Kollegen einfach machen, wie gesagt, zwei Spiele, Pokalspiel, die Position hätte man mit Marlon Ritter vielleicht tauschen können, der hat durchgespielt jetzt und alles andere ist glaube ich da einfach vergebene Lebenszeit da weiter sich irgendwie Kraft und Energie reinzutun mit irgendwelchen Leuten darüber zu diskutieren, weil das ist glaube ich ein Ding, das ist wie Schuster und Ante, das wird sich wahrscheinlich noch drei Jahre lang ziehen. Ich glaube auch, dass Schuster, egal, der können wir uns jetzt noch aufsteigen, ich glaube, der wäre nie so beliebt wie ein Ante, einfach weil es auch da so ist, ein Ante war halt gegen Zwickau oder so, hat er gegen die Fans von Zwickau geschossen und er war immer direkt auf 180, das kommt halt viel, viel besser an hier, das ist klar, aber das ist jetzt auch nicht, dass ich sage, wir sollen jetzt irgendwie ein Ante vergessen oder so, ganz im Gegenteil, also ich habe in meinem Trainerranking, habe ich Ante auch glaube ich auf dem zweithöchsten oder auf dem höchsten Platz gemacht, weil er einfach quasi dafür gesorgt hat, dass es uns überhaupt noch gibt, dass wir in dieser Position sind, aber was wir auch gesagt haben, dieses ständige, früher und ja, alles besser und ach, wie schön war es damals, wo ich mir denke, das hast du vielleicht wirklich zu, vor drei Jahren sagen können, wo wir fast in die Regio abgestiegen sind, wo du sagst, ey, lieber wäre ich nochmal als 18. aus der 2. abgestiegen, selbst das war angenehmer als jetzt hier, aber wir sind in der 2. Bundesliga, wir haben eine richtig geile Liga und eine richtig geile Saison vor uns und wir werden unsere Punkte holen, wir haben wieder eine richtig geile Mannschaft mit Ache, mit, ja, Zug, Kraus, die schon ewig da sind und einfach einen Ballflach halten, das jetzt genießen und jetzt einfach unterstützen und nicht einfach nur, wenn wir ein gutes Spiel machen, das Maul halten und wenn wir mal ein Spiel verlieren, sofort draufhauen und dann die 100 Tweets absetzen, das nervt einfach, das bringt auch noch keinem was. Definitiv, definitiv. Ja, es ist einfach schwierig und ich glaube, die nächsten Wochen werden einfach zeigen, wie sich alles entwickelt und wie du gesagt hast, in 10 Wochen oder in 8 Wochen, je nachdem, kann man sich gerne nochmal darüber unterhalten, wie wirklich der Start, weil 2 Spiele ist vielleicht ein Auftakt für mich, aber noch kein Start. Ein Start geht vielleicht über 5, 6, 7 Wochen, wo man dann wirklich sagen kann, okay, man hat alle Mannschaften jetzt mal schon so auch öfter spielen sehen, man weiß, wie die anderen spielen, man hätte sich schon so einstellen können und so weiter und so fort und auch selbst seine eigene, wie sage ich schon, das ist am besten seine eigene, wie man halt eben selbst gespielt hat, zu reflektieren, auch einzuordnen, wie ich gegen gewisse Gegner gespielt habe, weil ich denke nicht, dass Schalke und St. Pauli unter die letzten 3 kommen werden, definitiv nicht, sondern vielleicht eher mal unter die ersten 5 oder sowas. So, und ob das unsere Riege aktuell schon ist, mag ich noch sehr stark zu bezweifeln, auch wenn wir letztes Jahr 9. wurden, am letzten Spieltag noch zittern müssen oder auf irgendwelche anderen Plätze schauen müssen, sondern, dass wir vielleicht erst in der zweiten Tabellenhälfte gelistet werden, aber trotzdem da vielleicht im oberen Drittel oder sowas oder in der oberen Hälfte von der zweiten Tabellenhälfte, also irgendwie sowas von 10 bis 13 oder so oder 14 oder so, also das schätze ich schon als realistisch an. Nach oben denke ich, könnte es auch noch zwei, drei Plätze besser werden, also ich glaube, höher als Sechster ist sehr unrealistisch, da müsste schon viel, viel zusammenlaufen, aber da jetzt wirklich auch wieder alles aufzumachen oder sonst irgendwas, das finde ich nach zwei Spieltagen einfach unnötig. Da ist gefühlt noch nichts festgespielt, du siehst hier, der eine ist da mal verletzt, wie schnell ist ein Torwart gesperrt oder ein Innenverteidiger, also das geht hier alle Ritt gefühlt, jede Woche ist da irgendwas Neues, also du kannst ja nicht sagen, den brauchen wir nicht, den brauchen wir nicht, sondern du siehst, wie schnell sowas mal geht, der eine spielt das erste Spiel, verdreht sich, knies, angeschlagen, hat jetzt den Pokal 90 Minuten auf der Bank gehockt und ich glaube jetzt nicht, dass Ard gleich wieder verkauft wird. Ich hoffe nicht. So, ne? Der ist raus, der ist raus, ich glaube auch, ich glaube auch, nur ein Tor gemacht im Debüt ist scheiße, bin ich ehrlich, also es ist von einem Frankfurt-Spieler, der über eine Million gekostet hat, sorry, aber ein Tor gegen Pauli ist schon schwach und gegen Frankfurt, äh, gegen Schalke gar kein Tor, also sorry, also ne, sehe ich nicht ein, zahle ich kein Geld für, um da hochzugehen. Du spielst ja als Einziger von uns beiden noch aktiv, ne? Ja. Und ihr habt Trainer, Co-Trainer, gehe ich mal davon aus, ne? Ja. Das ist jetzt zwar nicht auf Profi-Niveau, aber ich stelle mir schon die ganze Zeit die Frage, muss ich vielleicht auch irgendwie mal beim FCK mal nachfragen und so, wenn es die Gelegenheit bietet, wie hoch wirklich der Stellenwert in der Mannschaft von einem Trainer, also wie hoch der Stellenwert von einem Trainer innerhalb von einer Mannschaft ist, weil ich mir immer denke, ein Trainer wird bei allem, wenn wir gut spielen, dann ist der Trainer, äh, quasi dran schulden, positiv im Sinne, wenn sie verlieren, ist der Trainer dran schuld, äh, wenn der Spieler nicht spielen, ist der Trainer dran schulden, für alles wird irgendwie der Trainer vorgeschoben, medial und ja auch generell so, auch gestern wieder, Klemel spielt mit, ah ja, Trainer, 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 wie ist denn so der Stellenwert in, oder bei euch vom, vom Trainer, ist es wirklich so, dass es auch gerechtfertigt ist, dass der bei allem vorgeschoben wird, oder ist es halt auch wirklich so, okay, der Trainer hat zwar viel Einfluss, aber bei weitem nicht so viel, wie, wie die Leute denken? Also ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt seit ich her im Fußballspiel, ich glaube, vier Trainer ungefähr, und es ist echt krass, dass es nicht unterschiedlich hätte sein können, so am Anfang, als ich rausgekommen bin, hatten wir einen sehr autoritären Trainer, also der war auch nicht so ein Kumpeltyp, der war auch ein bisschen älter als wir meisten, ähm, und da war es schon so, dass es da, am Ende hat er sich dann praktisch selbst gegangen, auch irgendwann zusammen mit dem Vorstand, weil er gesagt hat, er erreicht uns nicht mehr so, wie er es gerne hätte, und die Ergebnisse stimmen einfach nicht mehr. Da war aber auch der Anspruch noch, dass wir aufsteigen in eine nächsthöhere Liga, was wir auch nicht geschafft haben, sondern irgendwie nach, lass mich nicht lügen, nach dem siebten oder achten Spieltag irgendwie auch im vierzehnten von 16 Mannschaften oder sowas standen, und das wirklich ein Debakelstart war. So mit den Jahren hat sich das immer mehr geändert, also wir sind nur ein Dorfverein und das merkst du dann auch, also da ist noch nicht so krass mit irgendwie großartig Taktik und du, also ich glaube, das Einzige, was wir aktuell haben, sind irgendwie zwei oder drei Systeme, höchstens, zwei gut einstudiert, drei, ja, kann man mal spielen, aber ist jetzt nicht so der Standard. aber ich sag mal, also die letzten Jahre ist es zumindest bei uns im Verein, was ich jetzt sagen kann, immer weniger, das ist dann eher so, wenn du als Trainer es nicht mehr schaffst, die Mannschaft bei der Stange zu halten, also wenn Unruhe aufkommt, wenn du, das hatte ich jetzt in den letzten Jahren öfter bei Trainern, wenn du so ein bisschen deine Lieblinge hast und da dürfen die halt immer spielen, egal ob die einmal in vier Wochen ins Training kommen, ob die jede Woche ins Training kommen, die dürfen immer spielen, ob die gefühlt, acht Jahre verletzt waren, so, und damit erzeugst du halt Unruhe und das musst du halt gerade bei so einem Dorf ein, wo halt gefühlt jeder miteinander spricht mit den Spielern und so weiter und so fort, ähm, schon irgendwie unterbinden können. Wahrscheinlich ist es nicht so krass, wie jetzt bei den Profis, weil du wahrscheinlich bei uns schon noch mehr befreundet bist und doch schon wahrscheinlich viel mehr außerhalb machst als bei den Profis, obwohl die wahrscheinlich auch mal was außerhalb machen werden, ähm, aber ich glaube, es ist nicht so hart in der Kritik, also wenn da mal ein Zeitungsartikel gegen einen Trainer kommt, ist das schon viel, aber das ist dann, das ist dann schon eher vereinsintern, dass zum Beispiel irgendwie der Spielerrat zum Vorstand geht und sagt, es passt irgendwie nicht mehr so, die Mannschaft ist sehr, sehr unzufrieden und, ja, also, so wirklich, dass da ein Trainer irgendwie an Pranger gestellt wird oder so, wie es im Profigeschäft ist, ist bei uns eher nicht so. Ich muss klar, als du gesagt hast, ihr könnt, ein System habt ihr einstudiert und zwei, drei könnt ihr spielen. Ich habe gespielt, das letzte Mal C-Jugend, das war 2014 oder so, da haben wir noch mit Libero und Mandegger gespielt. Ja, das ist sowas ganz anderes, muss ich ehrlich sagen, also Taktik hat man als Herrenbereich gelernt. Ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe da fast eine ganze Saison gespielt, auch Torwart, ich glaube, wir haben ein Spiel gewonnen. Ich weiß nicht, bis heute die Konstellation der Tabelle, ich habe in Erinnerung, dass wir irgendwie die Liga gekauft haben und wir wurden reihenweise abgeschlachtet. Das war echt schlimm, ey. Aber, wie gesagt, mich würde es mal interessieren, ich muss es wirklich mal irgendwie erfragen, wie hoch wirklich der Stellenwert ist vom Trainer, weil, wie du sagst, du hast ja auch gesagt, dann hast du einen autoritären Trainer und dann passt es generell nicht so und dann fühlt es sich als Mannschaft unwohl und dann hat ein Trainer seine Lieblinge, die immer spielen. Also klar ist das ein Problem, ja, und ich glaube auch nicht, auch wenn es dem Schuster unterstellt wird oder, ich glaube, jeder Trainer hat irgendwie so seine Spieletypen oder so, die er bevorzugt, gerade die Leute, die jetzt so einen Clement fordern, da kann mir keiner erzählen, dass die zwischen einem Clement, einem Ritter und einer Raschel, wenn die jetzt Trainer wären, nicht dann in einer Härtefallentscheidung sagen, okay, dann doch vielleicht, muss ich mir irgendwas ausdenken, wie so ein Clement dann doch spielt, weil ich einfach den Fußballerricht irgendwie geiler finde. Also, das ist ja auch, glaube ich, menschlich, dass du deine Typen hast, die du gerne hast, aber natürlich, dass es nicht ein extremer Ausfall, jetzt ausarten, dass halt wirklich ein, ja, Zulinski ein halbes Jahr verletzt ist und dann spielt er nur noch Startelf, was ja tatsächlich letztes Jahr nicht so war, aber das wäre halt schon extrem, wo du sagst, ja, willst du eigentlich verarschen, oder der macht nur Eigentor und spielt trotzdem, also, aber, ja, wie gesagt, ist es ja immer der Trainer, jetzt die Bayern verlieren 3-0 gegen Leipzig und dann wird erstmal Tuchel und was ich bei Tuchel interessant fand, weil, jetzt hat ja Dominik Heinz war ja schon wieder nicht im Kader bei Union im Pokal und es kommt ja wieder, ja, kommt er jetzt und Lars Böning war ja auch nicht dabei, so langsam wird es echt vielleicht Sinn machen und Böning ist nicht dabei, obwohl du keine Innenverteidiger hast, ist er wirklich auf dem Sprung oder ist er verletzt, was weiß ich, aber, weil er beim FCK vor allem immer extrem schnell über Personalentscheidungen jetzt startet oder so gelästert und sich aufgeregt wird und dann kommst du im Nachhinein, nach dem Spiel, einen Tag später kriegst du dann mitgeteilt, der war angeschlagen oder der war nicht ganz bei 100%, hat nur zweimal trainiert, was du als Außenstehender gar nicht so richtig mitbekommst, aber du zerreißt dir dann das Maul und das hat Thomas Tuchel über Harry Kane gesagt, als es dann drum ging, ah ja, spielt er in der Startelf und da hat er auch gesagt, nee, also der war irgendwie, der hat drei Stunden geschlafen, einen Tag davor war er dann, bis nachts war er in München, hat noch einen Vertrag unterschrieben, ist ja hin und her geflogen und der kennt die Abläufe noch nicht, der kennt die Mannschaft quasi noch nicht, lass den Jungen erst mal ankommen und das denke ich mir immer so, wenn es dann heißt, ja, wenn Dominik Heinz jetzt kommt, am Donnerstag, dann musst du am Freitag auch spielen, dann denke ich mir, nee, also ich weiß nicht, wie fit er ist, ob der irgendwie angeschlagen ist, ob der was mitbringt, dann, weil es halt auch einfach, und das sagen wir auch jede Folge, das kann wahrscheinlich auch der eine oder andere gar nicht mehr hören, aber es sind halt auch wieder Menschen, ne, und wenn du halt von Harry Kane hörst, der ist nur am hin und her fliegen und nur am Fotos machen, was weiß ich, dann hat er vielleicht, dann passt es halt einfach noch nicht für die erste Elf und das denke ich mir auch immer, ah ja, der wechselt jetzt, dann muss er sofort spielen, dann muss das sofort passen und dann spielt er auch sofort bei 100 Prozent, ist ja nicht so, dass er gar keine Abläufe oder so kennt, seine Mitspieler nicht kennt, außer vielleicht ein George Zimmer von vor zehn Jahren, aber das, ja, muss ich mal erfragen, dass man mit dem Trainer und, aber ich glaube, um sowas einschätzen zu können, musst du halt auch wirklich irgendwie dann, ja, ein Trainer oder ein Teil vom Trainerteam oder halt ein Spieler sein, dass du das wirklich beurteilen kannst und sagen kannst, ey, so und so ist es, ein Trainer hat so einen Stellenwert und ein Trainer ist zum Schluss wirklich der wichtigste Punkt im Team und mit einem schlechten Trainer gehst du unter, mit einem guten Trainer ist alles toll, keine Ahnung, muss ich mal irgendwie rausfinden. Auf jeden Fall, ja, also ich hatte auch schon Trainer, die dann halt auch wirklich in Sitzungen nach Niederlagen bei uns dann in der Gaststätte gestanden haben vor uns, haben dann gesagt, ja, sie konnten gefühlt die ganze Woche nicht schlafen nach der Niederlage, ob das halt immer so war oder ob das einfach so dahingesagt war, also klar, wenn du das wirklich ernst nimmst und eine Verbundenheit zu dem Verein hast, dann glaube ich, macht es dir schon irgendwo was aus, also klar, ich hätte gestern jetzt im Derby auch sehr, sehr ungern verloren, einfach weil es ein Derby ist und gegen Nachbarschaftsverein verlierst du halt einfach ungern, aber es hätte mich dann vielleicht mal gestern Abend abgefuckt, vielleicht wäre ich heute Morgen aufgestanden, hätte es in der Zeitung gesehen, es hätte mich auch noch abgefuckt, aber spätestens nach dem Unitag heute, dann wäre die Sonne, geht heute Abend trotzdem wieder unter und mal früh geht sie trotzdem wieder auf und mein Leben ändert sich dadurch jetzt nicht, ob ich bei einem Hobbyfußballspiel gewinne oder nicht, natürlich ist es auch ein Ligasystem und natürlich will es jedes Spiel gewinnen, aber ich würde mich davon jetzt nie so krass in meinem Leben einschränken lassen, dass ich das irgendwie mit nach Hause nehme und klar, da der Umschwung auf Profifußball, der lebt halt natürlich, und für den ist es Beruf, der wird sich da wahrscheinlich ein bisschen mehr noch unter Druck setzen oder mehr Gedanken machen und das vielleicht auch mal noch mit ins Bett nehmen oder sonst irgendwas, dem seine Frau wird sich auch wahrscheinlich Gedanken machen oder sonst irgendwie, aber das kommt glaube ich krass wirklich auch auf die Struktur natürlich drauf an, bei vielen ist wirklich der Trainer auch nur der Beobachter so und die Co-Trainer machen meistens bei Profimannschaften das Training. Ist ja in England extrem, bei Jupp Klopp zum Beispiel hat ein Trainerteam von 20 Mann. Genau, zum Beispiel, in England ist es sehr verbreitet, in Deutschland ist es auch oft so, wo du nur siehst, wenn dem Trainer was nicht gefällt, dann greift er ein, aber die Übungen und Vorgaben sowas machen alles die Co-Trainer. Ich glaube jetzt bei Laudern ist es nicht so krass, obwohl bei dem einen oder anderen Training hast du auch gesehen, dass es die Co-Trainer erklären und er geht dann mal nur rein, wenn ihm was nicht gefällt oder partizipiert mal mit in der Trainingseinheit, aber das kommt glaube ich wirklich von Liga zu Liga unterschiedlich und glaube ich auch viel auf Vereine auch, weil klar viele Mannschaften, gerade jetzt so hier in unserem Umkreis, die haben jetzt nicht zwingend einen Co-Trainer, bei uns ist es auch nur so, weil das zwei machen, praktisch ein spielender Trainer und ein Trainer, der an der Seitenlinie steht, die teilen sich so ein bisschen die Aufgaben, aber es ist schon nicht ohne, glaube ich, als Trainer, also wenn du das wirklich ernst nimmst, dann kannst du da auch schon mal guten Geld dran verzweifeln, die das eine oder andere graue Haar kriegen. Also ich glaube zum Beispiel in George Zimmer oder in Hendrik Zuck oder so, die den Verein wirklich lieben und wirklich komplett durch und durch kennen, da ist es halt, wenn du da verlierst, dann gehst du halt am besten nicht bei Social Media rein. Ja, das glaube ich. Dann denkst du ja, okay, wenn ich jetzt da reingehe, dann geht es aber richtig los, dann lese ich nur meinen Namen und wie scheiße ich bin. Das ist glaube ich halt extrem und halt was, aber gut, das ist halt auf der anderen Seite ist es scheiße, wenn du spielst einen Fehlpass und 50.000 Leute, je nach Stimmung, je nach Tabellenplatz, pfeifen dich aus und bei Social Media wirst du auseinander gerobbt. Auf der einen Seite ist es halt scheiße, auf der anderen Seite ist, du weißt ja als Profi, was auf dich zukommt und die Profis, oder die Jugendspiele, die dann jetzt in zehn Jahren oder so dann mal Bundesliga spielen, die wissen das ja auch, die werden ja nicht umsonst so Mädchen geschult und so, damit sie aufpassen, was sie sagen und es weiß ja jeder, was passiert, wenn du schlecht spielst und sowas und es ist ja jetzt nichts Neues oder jetzt nur Vereinzelfälle, aber nichtsdestotrotz, weil du es gesagt hast mit dem riesen Trainerteam um den Trainer rum, dass der Trainer quasi nur noch zuguckt und eingreift, wenn er will, da denke ich mir auch zum Beispiel bei Thomas Hengen, der ja bei allem, was ja auch richtig so ist, weil ich denke, der hat trotzdem noch einen sehr, sehr großen Anteil am Erfolg, aber der hat ja auch sein Team drumherum, das sagt er ja auch immer wieder, die ganze Geschäftsstelle, jetzt hat dann Enes Hairi als, ich glaube, kein Sportdirektor irgendwie, so irgendwas zwischendrin. Irgendwas technischer Direktor. Genau, technischer Direktor, glaube ich, ja. Und Enes Hairi, dann die Frau Bugera, ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen heißt, die jetzt so kaufmännische Direktoren, glaube ich, ist und da baut sich ja auch sein Team drumherum und auch die Scouting-Abteilung. Das heißt, es ist nicht so, dass ein Thomas Hengen alleine durch die Republik fährt und sich da Spiele anguckt und die Spiele einfach mal so kauft. Ich denke, da hat er immer noch großen Einfluss und siehst ja auch, beim öffentlichen Training, der ist ja wirklich sehr oft dabei und der telefoniert und der telefoniert. Ich denke, dass der da auch wirklich auch noch sehr involviert ist, aber am Ende ist es einfach, so ist es, denke ich, beim Trainerteam dann auch, eine gemeinsame Entscheidung vom Sascha Franz und vom Niklas Martin, was weiß ich, von den tausend Analysten, die wir haben und ich denke, am Ende muss halt ein Thomas Hengen für das Geschäftliche und ein Dirk Schuster für das Sport den Kopf hinhalten, aber ich denke, immer dieses, ja, Schuster stellt Scheiße auf. Ich glaube kaum, dass ein Thomas Hengen allein einen Spieler kauft irgendwo in seinem Büro oder dass ein Dirk Schuster allein in der Kabine sitzt und da am Flipchart irgendwie eine Aufstellung macht, wovon keiner weiß. Also das ist hundertproch eine Gemeinschaftsentscheidung und was halt dann das Problem ist, wenn du generell einen schlechten Trainerstab hast von Leuten, die keine Ahnung haben oder wo es einfach nicht passt, da hast du halt wirklich ein Problem, weil dann kann es sich so anstrengen, wie du willst, dann wird die Arbeit einfach nicht gut. Auf jeden Fall. Also was ich sagen kann, ist, dass bei uns die Trainer, Analysten, Psychologen, Trainer, was gibt es noch, Mentalcoach, alles in einem Sinn. Also die Trainer fahren dann natürlich auch hier im Umkreis mal, wenn wir spielfrei haben oder bei irgendwelchen Testspielen unter der Woche oder so, auch mal natürlich dahin und gucken sich die Gegner an, notieren sich was, das ist dann halt, das ist alles inbegriffen. Also ich glaube, unser Ort hat knapp 7000 Einwohner oder so, also ohne Sponsor kriegst du da eh nichts auf die Beine, Großartiges und dafür sind wir noch relativ gut aufgestellt mit Gelände und sowas, aber Co-Trainer und Trainer sind ein Gefühl, alles was du gerade aufgezählt hast, Profi-Verein oder auch Laudan im Gefühl 15 Stellen hat, das ist dann der Trainer, mit der sportlichen Leitung bei uns in einem, also es sind dann vielleicht zwei, drei Leute insgesamt, die sich dann gefühlt um alles Sportliche irgendwo kümmern. Ich glaube auch, dass du als Trainer oder auch als Trainerteam vor allem, falls wir mal ehrlich, wenn du in Deutschland deinen Trainerschein machst, deine A-Lizenz oder was du da brauchst für Bundesliga, ich glaube kaum, dass es da Leute gibt, wo du sagst, sie sind fachlich, obwohl sie einen Trainerschein haben, so unterirdisch schlecht, die kannst du nicht auf die Leute loslassen. Wenn du dann deinen Trainerschein machst und da deine Ausbildung beim DFB, dann bist du fachlich ein Top-Trainer, gehe ich jetzt mal davon aus. Auf was kommt es dann an? Das Fachliche passt, wie bei einem Lehrer, das Fachliche passt, aber das muss dann so vom Menschen her passen. Ich glaube, ich habe mehr von einem Lehrer gelernt, der vielleicht fachlich geht so war, aber dir das übermitteln konnte und dir das überbringen konnte, wo du gesagt hast, ey, da habe ich Bock zu lernen oder ich verstehe, was der meint, als wenn jemand, das war beim Fachabi, der war jede Stunde gleich, der hat irgendwas an die Tafel geschrieben und irgendwas gemalt und hat einen Flipchart noch dabei gehabt und noch ein Overhead, eine Overhead-Folie und du hast gewusst, es wird jede Stunde gleich und es wird einfach wirklich nur ganz trockene Theorien, ganz trocken und da lernt du nichts, da hast du gar keinen Bock drauf. Der mag ja vielleicht fachlich, der mag vielleicht alles wissen und top aktuell sein, aber ich kriege es nicht in den Kopf, weil ich keinen Bock drauf habe und sowas. Und ich glaube, das ist bei einem Trainer auch, wenn, wie bei jedem Spieltag, du kriegst gesagt, ey, du sitzt auf der Bank und wenn du da jemanden hast, der jetzt dir irgendwie erzählt, so wäre es jetzt bei mir, der erzählt mir ja, ich will heute so und so spielen und da passt es nicht rein. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr trocken und das würde mir, glaube ich, eher auf den Sack gehen, als wenn der mich so in den Ahn nimmt und sagt, ey, tut mir leid, nächste Woche wieder, was weiß ich, das passt jetzt heute nicht so, wenn der mir das irgendwie so glaubhaft rüberbringt und vor allem halt ehrlich ist. Also ich glaube, wenn du einen Trainer hast, der dich irgendwie anlügt, wo du eine Woche später weißt, okay, weil die Spieler reden ja auch irgendwie unter sich und wenn du dann was gesteckt bekommst und dann weißt, okay, dann bin ich angelogen oder so und dann hast du halt wirklich Probleme. Also ich glaube, dieses menschliche, dieses, was ja auch bei dem Jürgen Klopp gesagt wird, dass er ein Menschenfänger ist und sowas, das brauchst du, glaube ich, extrem, dass du eine Mannschaft führen kannst, dass du eine Mannschaft, auch wenn es jetzt schlecht läuft, unter Kontrolle hast und das Spiel gegen Schalke, finde ich, zeigt eigentlich, dass es so zwischen Trainer und Mannschaft extrem passt, weil wenn du, ich habe es auch im 90 plus 6 Podcast gesagt und Sascha Hildmann ist damals rausgeflogen nach einem 6 zu 1 in Meppen, wurde Pavel Dotschev, der, glaube ich, Trainer war, bei Meppen noch gesagt, das waren zu wenig Tore und das ist so der Klassiker, wenn du sagst, sie spielen gegen die Mannschaft und dann lassen sie sich einmal abschlachten und jeder weiß, okay, in der Stunde fliegt der Trainer raus und das hättest du gegen Schalke, wenn es mit dem Trainer gar nicht passt, hättest du dich ja auch abschlachten lassen können und dann sagst du, okay, aber wir haben ja immer noch gut gespielt und das machst du nicht, wenn die einen Trainer nicht mögen oder wenn es irgendwo gar nicht passen würde, ist jetzt nur meine so Objektive. Auf jeden Fall, würde ich genauso unterschreiben, habe ich nichts hinzuzufügen. Also, ich so, also das Menschliche muss einfach passen. Das ist gefühlt auf der Arbeit so, das ist gefühlt im Privatleben so, das ist beim Sport so, wenn du Mannschaftssport machst, das muss einfach passen. Natürlich hast du überall mal, wenn ich, sorry, wenn ich so sagen muss, Arschlöcher, so mit denen, die musst du nicht heiraten, mit denen musst du zurechtkommen, fertig aus, ja, ist so. Es wird überall genauso sein, aber menschlich muss einfach gerade bei Trainer, Lehrer, bei Leuten, die dir was beibringen oder dich führen sollen, muss das halt irgendwo passen, dass du es halt auch gerne machst und bereit bist, vielleicht auch mal 15, 20, 50 Prozent mehr zu gehen. Wie ist denn das bei dir? Ich weiß nicht, ob du es schon hast, also ich in der C-Jugend nicht, wir waren so, guck, wir waren auch noch Kinder quasi oder so, ja, wie alt ist man in der C-Jugend? 14, 15? war halt eine coole Truppe, muss ich sagen, also durchweg. Und wie ist denn das bei dir? Vielleicht hast du es schon erlebt, wenn du so vom Charakter her einen Arschloch hast, der gar nicht passt, wo du merkst, ey, wir sind so eine coole Truppe, aber einer ist dabei, wo du sagst, es passt gar nicht. Ist es dann, du sagst, wird er dann ausgegrenzt oder sagst, ey, komm, wir machen das Beste draus oder ist es dann wirklich so, wenn einer gar nicht reinpasst vom Charakter her, dass sie dir alles kaputt machen kann? Also ich muss jetzt auffassen, was ich sage, oder wie ich es sage, dass man, wenn mich jemand kennt, nicht weiß unbedingt, von wem man redet. Also ja, hatten wir schon vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren ein sehr extremer Fall. Also da hat man auch einfach mal so eine Situation, da war ich leider verletzt, nicht im Training, aber das wurde mir erzählt, die sind dann bei irgendeiner Übung aneinander geraten, also der und noch ein anderer relativ guter, enger Kollege von mir, der mir das dann erzählt hat und der hat dann auch vor dem gestanden, hat also dem Finger schon im Gesicht gehabt und hat auch bis dann welche dazwischen, wollte den auch schlagen, also das war richtig krass, dann haben wir dann auch gesagt, also das Mannschaftsgefühl geleitet schon darunter, also irgendwas muss dann die Lösung kommen und dann wurde er daraufhin auch vom Trainer informiert, dass er im nächsten Spiel von der Bank kommt und dann hat er einfach beim Telefonat den Trainer aufgelegt und ist nicht mehr gekommen, aber er wurde dann auch daraufhin aus der Mannschaft geworfen, weil es war schon, also er war schon relativ, ja, er meinte, er kann sich halt alles erlauben, ist der Beste und tollste Fußball und sowas und also wenn du wirklich eine coole Truppe bist, wie wir es auch dieses Jahr haben, also ich würde sagen, dieses Jahr haben wir mit die coolste Truppe, seit ich in der Herrenmannschaft hier jetzt spiele in dem Verein, weil es einfach passt, wir sind gefühlt alles Jungs aus dem Ort, vielleicht mal noch einen Ort weiter, aber nicht mehr so krass von überall her, wie wir es die Jahre vorher so ein bisschen hatten, wo natürlich auch ein bisschen mehr Geld drin gesteckt hat, aber das kann schon krass dein Mannschaftsgefühl gesprengen, wenn der dann auch so versucht, so ein bisschen Krüppchen aufzureißen und halt viel Unruhe zu stiften, also das merkst du schon und da musst du auch relativ gut dann praktisch als Trainer agieren können, aber auch irgendwie so ein bisschen als Schlichter beziehungsweise eben halt auch als Lehrer, dann sagen wir mal, du musst jetzt halt mal eine Woche vor die Tür beziehungsweise bist du ja jetzt mal eine Woche außen vor, denk mal nach, was du hier gemacht hast und wenn er dann immer noch meint, er ist im Recht, dann Arrivederci und auf Wiedersehen. Ja, weil es ist halt, wie du sagst, es ist halt nicht einfach, du hast dann irgendwie eine homogene Truppe und ja, wie bei euch, einer prügelt sich und im schlimmsten Fall ist er noch ein richtig guter Fußballer, wo du sagst, ey, fußballerisch ist eine Bereicherung, aber er passt halt einfach nicht rein und dann brauchst du halt einen Trainer, ein Trainerteam oder halt auch generell eine Mannschaft, die dann irgendwie Fingerspitzengefühl zeigt, vielleicht gibt ja auch Leute, die keine Ahnung, aus welchen Gründen irgendwie oder hast du einen schlechten Tag und gerätst du mal an, das ist nicht direkt, weil du, ja, aber es gibt halt auch Leute, die einfach, ja, wie anscheinend bei euch, die einfach denken, sie sind was Besseres und wenn ihr keinen Bock auf mich habt, dann schau, aber die wirst du halt immer haben, aber ich glaube trotzdem, das ist ein Großteil, ich glaube auch, dass so Vereine wie Uerdingen zum Beispiel, die ja irgendwann nur noch wahllos Spieler gekauft haben, irgendwelche Jan Kirschhoffs und Lukimias, dass das auch nicht funktioniert, einfach nur tolle Fußballer mit Rang und Namen zu kaufen, weil halt, du holst dann 20 Spieler, die werden zusammengewürfelt und du merkst dann einfach, okay, dann sind noch drei dabei, die Sprachprobleme haben, die sind isoliert und jetzt, ich glaube beim FCK zum Beispiel, bei einem Deprival ist das anders, wenn du eine Mannschaft hast, die intakt ist, dann kannst du vielleicht mal wirklich einen reinholen, wo du sagst, okay, der kann bedingt Englisch, gar kein Deutsch, das kriegen wir irgendwie schon hin, wir fangen den auf, das ist gar kein Ding, aber wenn du eine Mannschaft hast, die generell von Natur aus sich irgendwie, ja wie du sagst, mit Grüppchenbildung, die nicht zusammenpasst und da holst du noch Leute rein, die Sprachprobleme haben oder so, dann ist es vorbei, dann kannst du noch so tolle Fußballer haben, dann kann das nicht erfolgreich werden. Definitiv, ja, ist so, kann ich nur zustimmen dazu. Gut, also ich glaube, also ich habe nichts auf dem Zettel, wie gesagt, es war ja unten im FCK tatsächlich nicht viel passiert, auf dieses Transfergerücht, was wir kurz angeschnitten haben, ganz ehrlich, da gehen, also würde ich jetzt nicht weiter darauf eingehen, ich glaube nicht, dass da was dran ist. Wir haben jetzt eine Stimme geholt für zwei Millionen. Ich glaube, da sind wir gut bedient, ja, würde ich auch sagen. Das Einzige, was ich vielleicht noch sagen würde, ist, ich war auf dem U21-Spiel gegen Mechtersheim, wenn man das anguckt, da war auch keiner aus dem Profikader, der Einzige, der dabei war, aber nicht gespielt hat, war Aaron Bassanach, der stand neben der Bank, aber es war schon mal cool, das so zu sehen, also ein Kumpel von uns spielt in Mechtersheim und er hat auch schon danach mir geschrieben, also es ist schon krass verdient gewonnen, also sie haben 4-2 glaube ich gewonnen, obwohl es am Ende auch nochmal gut spannend wurde, aber das war schon mal cool zu sehen, es waren auch viele Lautra-Fans dabei, also muss ich schon sagen, es waren 500 irgendwas Leute oder sowas vor Ort, gucken wir jetzt auch wahrscheinlich am Mittwoch nochmal Mechtersheim gegen die Wormazier an und werde auch wahrscheinlich nach Worms fahren, wenn die, oder nach Laudan fahren, wenn die gegen Worms spielen, weil das auch nicht so weit weg von mir ist, da kann ich dann auch nochmal was berichten, aber es sind schon der ein oder andere Kicker, dieser Coleman oder Coleman, nachdem wir ausgerechnet haben, wir haben ja geholt von irgendwo, ja, der ist ziemlich gut, der ist nicht schlecht, muss ich sagen, und der Zehner, weil ich konnte mir jetzt den Namen nicht merken von uns, der war auch relativ fix am Ball und hat auch ein saugutes Dribbling, also es sind schon ein paar geile, dabei Sean Blum hat auch gespielt, muss ich sagen, ist mir gar nicht so krass aufgefallen, also habe ich mir mehr erwartet, aber ansonsten, also ich hoffe, man hat jetzt glaube ich vier Spiele, drei Siege, ein Unentschieden, ist ungeschlagen, ist glaube ich zweiter jetzt hinter Trier oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe, da denke ich, geht dieses Jahr auch was, da versuche ich auch noch auf das ein oder andere Spiel zu gehen, vielleicht mache ich auch mal ein Video drüber, das weiß ich auch noch nicht, aber ist auf jeden Fall cool und ich glaube, wir können uns auf jeden Fall auf nächsten, nee, diese Woche Freitag ist es ja schon, diese Woche Freitag, hoffentlich also, ja, sag du, sag du, ich wollte nur sagen, was wir noch sagen können, das Gewinnspiel auf Instagram, falls ihr es noch nicht gesehen habt, geht noch bis Freitag, also gerne in der Beschreibung oder so auschecken, auf Instagram bei uns vorbeischauen, ihr könnt etwas gewinnen. Zwei wunderschöne T-Shirts. Zwei sehr schöne T-Shirts, die extra angefertigt wurden, muss man sagen, die gibt es so nämlich nirgends. Genau, ansonsten, habe ich nichts mehr. Ich auch nicht. Dann darfst du wie immer das allerletzte Wort haben. Wie immer, vielen Dank für das Zuschauen bei YouTube, fürs Zuhören bei sämtlichen Podcast-Plattformen und auf drei Punkte, hoffentlich auf die ersten drei Punkte dann gegen Elbersberg. Ganz genau, auf Holz geklopft. Jawohl, auf Holz, auf geht's. Genau, bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.